Kalt, früh. Minus zwei Grad, ich habe Glück, die Scheiben sind nicht eingefroren. Jetzt bin ich dunkel. So jetzt, genau, wunderbar. Das ist der 16.02, 5.13 Uhr. Ich muss jetzt auch schon los. Ich hole jetzt Lulu von Lulu Stream Town, hole ich jetzt vom Südkreuz ab, bzw. ich tank vorher noch, dann hole ich Lulu vom Südkreuz ab und dann geht's ab nach Nürnberg, heute auf die Biofach. Vielleicht sind wir zeitig da, 9.30 Uhr, hoffe ich mal, schaffen wir es, dass wir da sind. Und bis 18 Uhr hat die Messe offen, so lange wollten wir eigentlich bleiben, uns ein bisschen da vor Ort durchschlagen und dann geht's wieder zurück bis spät abends und ich nehme euch mit. Heute war totaler Stress, ich habe mein Geldbeutel vergessen, habe getankt, war bei der Tankstelle, hatte kein Geld dabei. Wir sind jetzt schon an der Raststätte Frankenwald, wir sind noch einige Stück gekommen. Ich werde jetzt mal 360 Grad ausprobieren. Wir brauchen nur ungefähr zwei Stunden, bis wir in Nürnberg sind, also das heißt, 10 Uhr sollten wir in etwa da sein. So, weiter geht's. Lulu ist auch da. Sieht man sie? Sieht man sie? Sieht man sie? Sieht man sie? Fokus. Ah! Wir haben es geschafft, wir sind sogar wirklich ziemlich gut in der Zeit, würde ich jetzt mal sagen. 10 Uhr ist es jetzt in etwa, also das heißt, wir haben Zeit. Wir haben hier den VIP-Parkplatz. Steht jetzt wirklich fast vor der Tür, das ist echt der Wahnsinn. Da laufen sie, die Lemminge. So, das E-Ticket, so soll man's falten. Einmal so heißt es, genau. Und dann heißt es, einmal so. Und wenn ich das dann so hier falte, müsste ich das so falten und der Strichcode ist futsch. Dieser Strichcode hier, und der soll gut leserlich vorne sein, aber wenn du so faltest, ist der Code mitten im Falz. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Minimal ein bisschen was drehen. Ich hätte gerne viel, viel mehr gedreht. Aber dafür zeige ich euch jetzt mal, was ich alles gekriegt habe. Und als kleines Goodie kommt ein 360-Grad-Video. Genau in dem Moment drehe ich mit. Hier steht die Kamera. Wenn ihr das ansehen wollt, müsst ihr einfach hier oben da auf die Infobox klicken. Und dann kommt ihr zu dem 360-Grad-Video wie genau das hier jetzt. Und dann könnt ihr euch hier rundum in den Zimmer umgucken. Deswegen habe ich jetzt auch hier das Kinderzimmer gewählt. Das sieht am einigermaßen ortlichsten aus. Das sieht so aus. Vielen Dank.